Diese Berghänge waren einst Amerikas wilder Osten. Unzugänglich und karg zogen die Appalachen nur wenige Siedler an. Aber Iren und Schotten führten fast eine mystische Verbundenheit mit diesem Gebirgszug, der sie an ihre Heimat erinnerte. Mit sich brachten sie die Musik ihrer Vorfahren. Verbunden mit den Melodien anderer Einwanderer wurde daraus die Volksmusik der neuen Heimat. Bluegrass hat Bill Monroe in den 40er Jahren aus der Old Time Musik entwickelt, erklärt Dale Morris. Es ist schon eine Art Showmusik, aber die Wurzel liegt in den Melodien der britischen Inseln, vermischt mit dem rhythmischen Banjo-Bezupfer aus Afrika. Old Time spielt man meist zu Hause, einfach um zusammenzukommen oder etwa bei der Errichtung einer Scheune. Noch heute ist die Musik ganz selbstverständlich Teil des Landlebens. In Washington trifft man sich zur Cocktailparty, in den Appalachen zum Musikmachen. Nachbarn besuchen sich ohne große Anmeldung, packen die Instrumente aus und bilden ein Zufallsensemble. Es ist Musik über den Alltag und für den Alltag und sie muss nicht perfekt sein. Jeder darf mitmachen, auch Reporter aus der Hauptstadt, deren Musikverstand bei Bob Dylan anfängt und aufhört. Von A zu D, hast du's? fragt unsere Gastgeberin Susan Gleason und schon geht's los. Ja, ich würde gerne versuchen, mit Folling Your Chords. All right. Ja, ich würde gerne versuchen, mit Folling Your Chords. Zum Glück erfordern Old Time und Bluegrass nicht viel Virtuosität auf der Gitarre. Banjo und Fiddle stehen im Vordergrund. Die Musik klingt oft fröhlich-beschwingt, aber die Texte stehen dazu im Widerspruch. Es geht auch um Krankheit und Tod, sagt Susan. Die Lieder beschreiben einfach unser Leben hier auf dem Land. Viele Songs drehen sich um Hühner. Und es soll einfach Spaß machen, ergänzt Bill Birchfield. Wenn ich mich ärgere, spiele ich einfach meine Fiddle. Das beruhigt mich. Gemeinsam mit ihrem Mann Terry und ihrer Tochter Claire hat Susan eine kleine Farm an der Grenze zwischen Virginia und North Carolina. Die ländliche Abgeschiedenheit haben sie frei gewählt. Als Studentin trug Susan noch einen Erokesenschnitt und spielte elektrische Gitarre in einer Punkband. Dann kehrte sie heim zum schlichten Leben ihrer Ahnen. Und zu deren musikalischem Erbe. Ein Erbe, das sie vor moderner Verfremdung schützen will. Jedes Jahr pilgert sie mit ihrer Familie nach Galex. Galex ist das Mecca der unverfälschten Oldtime- und Bluegrassmusik. Nirgendwo gibt es so viele Musiker, so viele Instrumentebauer, so viele Musikläden der Szene wie in diesem kleinen Städtchen. Der Grund ist seine Geschichte. 1927 entdeckten die Plattenfirmen den kulturellen Reichtum dieser Gegend. Die begabtesten Amateure wurden Profis. Aber nur für wenige Jahre. Die große Depression zerstörte diese Blüte und die Musiker spielten wieder ohne Lohn, mit und für ihresgleichen wie eh und je. 1935 gründete Galex einen Fidel-Wettbewerb. 77,5 Dollar Preisgeld lockten die Geiger an. Der verschrobene Südstaaten-Flair zieht inzwischen Musikfans aus aller Welt an. Diese Zeltstadt ist das Zentrum der musikalischen Festtage. Denn die meisten kommen nicht als Zuschauer, sondern als Teilnehmer einer riesigen, lockeren Jam-Session. Jeden August treffen sich hier zwischen 30.000 und 50.000 Menschen. Sie kommen mit Bussen und Wohnwagen. Die Hotels der Umgebung sind schon Monate im Voraus ausgebucht. So öffnen die Einwohner den Besuchern ihre Häuser. Die meisten aber kampieren auf dem Festivalgelände. Es ist eine bunte Szene ohne Allüren und cooles Gehabe. In ihren Ursprüngen setzt sich die Musik zwar aus vielen Einflüssen zusammen, aber inzwischen wachen die Liebhaber penibel darüber, dass bei Old Time nur authentische Instrumente zum Einsatz kommen. Die Gründer des Old Time Fiedler Festivals hätten sich 1935 nicht träumen lassen, dass hinter der Bühne des kleinen Dorfwettbewerbs einmal über 2000 Musiker und Tänzerschlange stehen würden. Der Mut zum öffentlichen Auftritt speist sich nicht unbedingt aus überbordendem Talent, sondern hat oft einen simpleren Grund. Wer im Wettbewerb mitmacht, bekommt sein Eintrittsgeld wieder. Eine Qualitätskontrolle der Kandidaten findet nicht statt. Susan Gleason nimmt ihren kulturellen Auftrag ernst. Während sie sich für den Auftritt warmsingt, gibt Terry, Tochter Claire, letzte Tipps. Sie ist die jüngste Teilnehmerin in der Kategorie Flatfooting. Früher als hinterwettlerisches Brauchtum verspottet, wird solche Tradition heute bewusst an die nächste Generation weitervermittelt. Für eine zweieinhalbjährige sind die 35 Sekunden vorgeschriebene Tanzzeit natürlich lang. Über die genaue Einhaltung der Regeln wacht die Jury. Hier hört der Spaß auf. Doch es wie zufällig aussieht, muss eine genaue Technik einhalten. Zum Beispiel müssen beim Flatfooting die Füße immer dicht über dem Boden bleiben. Ursprünglich war Flatfooting eine Art Trommelersatz. Der Rhythmus wurde gestampft. Daraus entwickelte sich das Tanzen auf der Stelle, weil in den engen Berghütten kein Platz für eine Tanzfläche war. Jaina Douglas ist 15 Jahre alt und die beste Flatfoot-Tänzerin der Vereinigten Staaten. Vorführungen, die nicht den strengen Kategorien entsprechen, sind nur außerhalb des Wettbewerbs erlaubt, egal wie beeindruckend sie sind. Aus dem Gemisch der Anfänge ist eine eigene Kultur geworden, die in Vereinen und Schulen gefördert wird. Aber das ist nicht das Entscheidende. Der Musikkronist Greel Markus schreibt, die Kunst geht hier im Leben auf. Einfache Leute sind Kunst, denn sie drücken sich unverstellt und unmittelbar aus. Die Musik gehört allen. Das Trennende zwischen Bühne und Parkett, zwischen Vortragendem und Publikum verschwindet. Und die Kultur wird etwas Gemeinsames. Das ist die Seele dieser Musik. Sie kommt unmittelbar aus den Lebensumständen dieser Gegend. Sehr unmittelbar, wie Historiker Bob Patterson drastisch beschreibt. Banjos und Fiedeln konnte man leicht selbst zimmern. Mein Vater und mein Opa machten den Korpus aus einem Käsefässchen. Dann schlachteten sie eine alte Hauskatze und zogen ihr das Fell ab. Die Haut spannten sie dann über den Rahmen und montierten noch einen Hals an das Ganze. Woher sie die Seiten nahmen, weiß ich nicht mehr. Heute ist der Bau von Banjos kein Fall mehr für Tierschützer. Aber die Besten werden immer noch in Handarbeit gemacht. Versteckt in einem abgelegenen Tal Virginias liegt die Werkstatt von Jeff Stelling. So wie Les Paul bei Gitarren steht Jeff Stelling bei Banjos für Qualität und Preis. Sein Sohn schneidet jeden Hals aus einem individuellen Stück Holz, das sein Vater persönlich ausgesucht hat. Stellings Werkstatt produziert hauptsächlich für Profis und Liebhaber. Die billigsten Exemplare kosten 3000, Edelausgaben bis zu 20.000 Dollar. Bestimmte Arbeiten macht nur der Meister selbst. So bauen Jeff und seine drei Angestellten zwölf Banjos pro Monat. 20 Jahre lang war Jeff auf Abwegen bei der Marine. Als Flugtechniker beim Militär hatte er wenig Zeit für musische Spielereien. Aber er lernte Präzision. Und die ist bei solchen Instrumenten genauso wichtig wie beim Flugzeugbau. Kenner schwören, dass man Jeffs Banjos an ihrem Klang heraushört. Damit später aus Mechanik Musik werden kann, muss jedes einzelne Teil genau eingepasst werden. Jede dieser Kerben ist Bruchteile von Millimetern unterschiedlich. Denn auch die Seiten sind verschieden dick und müssen haargenau passen, damit sie richtig schwingen und klingen. Bei aller Sorgfalt haben Banjos ein spezielles Problem. Die Haut auf dem Rahmen verzieht sich schon nach Stunden. Ausgerechnet beim Militär kam Stelling auf die Lösung. Ein Ring im Rahmen, der die Bespannung stabilisiert. Das gleiche System sorgt bei Flugzeugen dafür, dass der Propeller nicht eiert. Stelling meldete die Idee als Patent an. Jetzt halten Stellings Produkte das A, auf das er sie stimmt. Das ist der Stellings Sound. Und der ist Markenzeichen und Grundlage seiner wirtschaftlichen Existenz. Jetzt bin ich fertig, außer dass ich es aufpacken kann. In den billigsten Stecken etwa 25 bis 30 Arbeitsstunden über sechs Wochen hinweg. Wir fangen jede Woche etwa vier Banjos an, die gehen alle durch den kompletten Produktionszyklus. Ich weiß, dass ich ein wirklich anständiges Instrument baue, das die Leute lieben und mit dem sie gute Musik machen können. Ich gebe dem Banjo alles, was ich zu geben habe, außer es selbst professionell zu spielen. Das war früher mal mein Traum. Stattdessen habe ich mir nun einen anderen Traum erfüllt. Wenn irgendwo auf der Welt jemand gut spielen kann, kann ich sein Banjo bauen. Natürlich nur so und so viele. Aber immerhin haben 4.500 Banjos meinen Namen. Das ist schon eine große Befriedigung. Dies ist eine besonders wertvolle Ausgabe unserer Stackhorn-Banjos. Es ist aus Ebenholz und Ahorn. Sehen Sie hier, jeder Streifen Holz ist einzeln von Hand eingelegt. Ob Sie es glauben oder nicht, dies ist das erste meiner Stackhorn-Banjos, das ich selbst behalte. Nach 20 Jahren habe ich mir das endlich geleistet. Befreundeten Musikern überbringt Stelling die Sonderanfertigungen persönlich. Im Sommer reist er deshalb in ganz Amerika von Festival zu Festival. Und davon gibt es jedes Wochenende irgendwo eins. Die Musik boomt. Bluegrass-Fans gibt es inzwischen auf der ganzen Welt. Denn Bluegrass entwickelt die Old-Time-Klänge der frühen Einwanderer weiter. Aus Familienmusik wird Konzertmusik. Das wichtigste Merkmal der ursprünglichen Balladen aber bleibt erhalten. Die Musik ist akustisch. Elektrische Instrumente sind tabu. In der Szene kennen sich die meisten seit Jahren. Hier am Lake Anna ist Jeff Stelling mit Larry Wallace verabredet. Einem Mitglied der Sunny Mountain Boys. Das ist die berühmteste Bluegrass-Bam. Neun Monate lang hat Larry auf sein Banjo gewartet. Jetzt ist es soweit. Aber erst jagt Stelling dem Musiker einen Schrecken ein. Er zeigt ihm das falsche Banjo. Ein gewöhnliches Exemplar. Das Richtige hat deinen Namen eingraviert, sagt Jeff. Aber das heißt nichts. Es gibt nur eine Art, wie sich Larry das Banjo zu eigen macht. Nämlich so. Nach der Feuertaufe dank Larry auf offener Bühne für das Instrument. Neun Monate Arbeit stecken drin und ich habe es gerade bekommen. Danke, Jeff. Der Boss der Sunny Mountain Boys ist dieser Mann. Jimmy Martin, der König des Bluegrass. In der Szene behauptet man, er habe sich selbst dazu ernannt. Wir treffen ihn kurz vor seinem Auftritt. Ein ungünstiger Moment für ein Interview. Er lädt uns für später in seinen Trailer ein. Jimmy Martin ist eine lebende Legende. Er spielte in der Band von Bill Monroe. Wenn Jimmy der König des Bluegrass ist, so war Bill Monroe der Vater dieser Musik. Er erfand sie 1945, indem er den Old Time Instrumenten die Mandoline hinzufügte und den schlichten Gesang in mehrstimmige Harmonien auflöste. Monroe starb im September 1996. Seitdem ist Jimmy Martin sein Erbe. Ladies and gentlemen, to the stage here in Monroe, and say it like you mean, the king of bluegrass music, Jimmy Martin, and the Sunny Mountain Boys. Howdy! Everybody happy? Well, that's good. We are too. Als ich vier war, starb mein Vater. Da musste ich sechs Tage die Woche auf dem Feld arbeiten. Es war hart. Ich hätte so gerne eine Gitarre gehabt. Unser Nachbar Ruby Gibson hatte eine. Ich konnte sie durch die Löcher in seiner Berghütte sehen. Ruby brachte mir dann die ersten Griffe bei. Jimmy übte und übte, bis er alle Songs seines Idols Bill Monroe spielen und singen konnte. Schließlich traf er ihn in der Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee. Er hatte ein rotes Hemd an. Als er von der Bühne kam, sprach ich ihn an. Ich sagte, Bill, ich höre dich schon mein ganzes Leben. Er fragte mich meinen Namen. Dann nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und sagte ihm, ich kann alle Stimmen in deiner Band singen. Nur Tenor nicht so gut wie du. Bill, ich möchte bei dir einsteigen. Heute weine ich. Aus Trauer, weil Bill tot ist und aus Freude, weil er mir damals einen Job gab und damit die Chance, die Musik zu spielen, die ich so liebe. Ihren Namen verdankt diese Musik einem Zufall. Bill Monroe's Band hieß die Bluegrass Boys. Fortan nannte man den ganzen Sound Bluegrass. Die Pioniertage mit Bill Monroe sind heute selbst Stoff für Bluegrass-Balladen. Wehmütig singt Jimmy Martin davon, wie er mit Monroe jeden Samstag in der Grand Ole Opry auftrat. Die Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee ist das Valhalla der amerikanischen Countrymusik. Die Mitgliedschaft dort gilt als größte Ehre für einen Musiker. Die letzten Jahre war Bill Monroe so krank, er konnte nicht mehr auf solchen Festivals auftreten. Und früher hatten wir samstags in der Grand Ole Opry eine Zugabe nach der anderen gegeben. Ich wollte immer dort Ehrenmitglied werden, aber das erlebe ich wohl nicht mehr. Die Ehre bleibt ihm vielleicht verwehrt, aber ein Platz in den Annalen des Bluegrass ist ihm trotzdem sicher. Nicht nur wegen seiner Bekanntschaft mit Bill Monroe, auch nicht wegen seiner Stimme, sondern wegen seines unfehlbaren Teilings. Die Ehre bleibt ihm vielleicht nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ersten Bluegrass Festivals begannen in den 60er Jahren in Virginia. Seitdem gibt es Hunderte im ganzen Land. Diese Popularität bei den Menschen ermöglicht den Musikern mehr als früher, mit der Musik auch ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Oft allerdings einen bescheidenen Lebensunterhalt. Selbst eine Legende wie Jimmy Martin bekommt für seinen Auftritt hier nur 2000 Dollar Gage. So muss auch der König des Bluegrass seine CDs und Poster selbst am Verkaufsstand losschlagen. Immerhin ist aus der Bergmusik eine bescheidene Industrie gewachsen, erklärt Sherry Boyd. Discjockey des einzigen Radiosenders, der nur Old Time und Bluegrass spielt. Es fing klein an und ist gewachsen. Jetzt ist Bluegrass Big Business. Heißt das, man kann damit richtiges Geld machen? Nicht viel. Es ist hart verdientes Geld. Jeder, der auf der Bühne, macht es eher aus Leidenschaft. Der Erfolg von Bluegrass hat genau das richtige Maß. Groß genug, sodass die Musik inzwischen viele Menschen erreicht. Klein genug, sodass die großen Konzerne sich seiner nicht bemächtigen können. Schwarze sucht man in dieser Szene allerdings vergebens. Ihre Musik entwickelte sich in eine andere Richtung. Aber Vorsicht, Old Time und Bluegrass entstanden nicht in Abgrenzung zu den Schwarzen, eher in Abgrenzung zu den anderen weißen Einwanderern. Es war eine Musik der Abgeschiedenheit. So isoliert waren die Appalachen von der Plantagenkultur der südlichen Ebenen, dass sie sich im Bürgerkrieg dem Norden anschlossen. Bluegrass ist halt sperrig und ein wenig trotzig. Auf jeden Fall echt. Heute ist für viele daraus allerdings die naive Sehnsucht nach der weißen Idylle geworden, wo die Menschen hart arbeiten, Familien zusammenhalten, jeder jeden kennt und der Nachbar dein Freund ist. Auf den Festivals wollen sie diese Idylle einen Sommer lang Wirklichkeit werden lassen. Klassenunterschiede sollen vergessen sein. Das macht keinen Unterschied, ob dein Nachbar mit einem Familienzelt anrückt oder mit einem Wohnbus, der mehrere hunderttausend Dollar gekostet hat. Von hier ist es nur noch ein kleiner Schritt zum süßlichen Kitsch, der amerikanischen Variante des Gelsenkirchener Barock. Auf der Suche nach dieser heilen Welt fahren manche Rentner den ganzen Sommer über von Festival zu Festival, bevor sie im Herbst ihr rollendes Zuhause wieder zurück ins warme Florida steuern. Dort zehren sie dann von den Erinnerungen an richtige Nachbarschaft. Vor allem suche ich hier Freundschaft, natürlich auch die Musik. Auf jedem Festival treffen wir neue Paare. Wir teilen alles. Wir essen, trinken und spielen zusammen, sagt Elaine. Diese einsame Geigerin übt nicht etwa für den Auftritt auf der Bühne, sondern für das Nachtleben. Nach Sonnenuntergang nämlich wird aus dem Festival eine große Party. Den Dörfern und kleinen Städten sind die Bluegrass-Fans nicht nur aus kulturellen Gründen willkommen. Sie bringen Geld mit und randalieren nicht. Die Zeltstädte sind eine Art saubere, ungefährliche Country-Ausgabe von Woodstock. Die Frauenband, The Girls' Night Out, verkörpert diese nette Harmlosigkeit auf der Bühne. Das offizielle Programm geht noch die ganze Nacht weiter, aber die wahre Action läuft jetzt hinter den Kulissen. Vor jedem Zelt, an jedem Wohnwagen bilden sich Zufallsgruppen. Niemand stellt sich mit Namen vor. Das Instrument ist die Eintrittskarte. Diese Frauen und Männer haben nie zusammen geübt. Oft haben sie sich vorher noch nie gesehen. Aber alle spielen wie selbstverständlich dasselbe Repertoire. Der Herr rechts im Bild mit der Gitarre auf den Knien heißt Jimmy Davis und ist ein Stück wandelnde Lokalgeschichte. Sein Vater gründete 1935 den Fiedlerwettbewerb von Galex mit. Aber er erweckte nicht nur die Musik zum Leben. Als Dorfarzt half er praktisch dem ganzen Ort auf die Welt. Sein Leben klingt selbst wie eine Ballade. Ja, mein Vater war W.P. Davis und er war Doktor. Er hat nur den Fehler gemacht, mich auf die Welt zu bringen. Er war ein Musiker, aber er war kein Dummkopf. Seine Haupthobbys waren Science Fiction und Elektronik. Er hat sogar ein Radio gebaut, das hier im Museum steht. Das Leben war hart in dieser Zeit, fügt er hinzu. Als Landarzt musste mein Daddy viele Hausbesuche machen. Er kämpfte sich mit seinem klapprigen Oldtimer durch Regen und Schnee. Die Leute bezahlten ihn mal mit einem Huhn, mal mit einem Schwein oder er bekam ein Essen. Aus den Wurzeln des einfachen Lebens der Menschen in diesem Landstrich zieht diese Musik ihre Kraft. Bis heute. Unverstellt und direkt kommen die Lieder aus dem Herzen. Aussehen, Ansehen, Rang, Titel, Geld. Für ein paar Stunden spielen all unsere Masken keine Rolle. Jeder darf sich fallen lassen und dem Rhythmus hingeben. Mit Leib und Seele. Untertitelung im Gestalt Musik Musik